Musik Möchtet ihr in drei Minuten einen komplizierten, französischen Zopf machen? Einen gewagten Pferdeschwanz für eine Party oder eine romantische Frisur? Heute zeigen wir euch viele schöne, schnelle und super einfache Frisuren-Hacks. Speziell für Pferdeschwänze. Seid gespannt! Musik Wir machen zuerst einen lockeren Deckhaarzopf. Trennt das Haar in zwei Teile. Verdreht es einmal. Nehmt die unteren Haare und füllt sie durch die Schlaufe. Ihr habt eine elegante Bürofrisur. Ihr müsst zu einer Veranstaltung, aber die Zeit läuft. Wir haben eine großartige Idee für eine einfache, aber elegante Frisur. Trennt die vorderen Haare und macht hinten zwei Pferdeschwänze. Sichert den oberen Zopf mit einem Clip. Kämmt und toupiert den unteren Zopf und benutzt Haarspray. Toupiert auch den oberen Zopf ein bisschen. Bedeckt den unteren Zopf wieder mit Haare und Haarspray. Hebt den vorderen Teil an, toupiert es und steckt das Haar nach hinten. Kämmt auf dieselbe Weise die Seitenhaare und befestigt die Haare am Pferdeschwanz. Ein luxuriöser, volumöser Zopf ist auch für den roten Teppich geeignet. Jetzt zeigen wir euch eine andere Idee. Bindet eure Haare zu einem Pferdeschwanz. Lasst auf jede Seite eine Strähne frei. Formt eine Strähne zu einem Ring. Führt die zweite Strähne dann durch den Ring. Und verdreht die Enden. Schiebt die Enden zurück in die Frisur. Und macht einen Knoten. Haltet die Enden nach unten. Und nehmt dann ein Gummiband. Verzieht den Pferdeschwanz mit einer Haarnadel. Ein niedlicher Zopf mit einer interessanten Flechtart. Wirkt stilvoll und sehr elegant. Ein leichtes Tages-Make-up ist fertig. Und ihr müsst nur noch die Haare machen. Wir kennen doch eine Methode, was ihr machen könnt. Macht einen normalen Zopf. Hebt eine Gummibandschlaufe mit dem Finger an. Und trennt deine Haarsträhne. Führt sie einmal um den Zopf herum. Und klemmt das restliche Haar im Gummiband ein. Zieht den Zopf fest. Und verteilt das Haar so, dass es das Gummiband bedeckt. Tragt auch etwas Haarspray auf. Ein breites Gummiband aus dem eigenen Haar. Sieht ohne Verzierungen sehr schön aus. Und die nächste Frisur ist für einen ausgefallenen Anlass. Aber ihr könnt die Frisur auch im Alltag verwenden. Sammelt das Deckhaar und macht einen Zopf. Macht dann etwas tiefer einen weiteren Zopf. Teilt den oberen Zopf in zwei Hälften. Und führt die Strähnen um den unteren Zopf herum. Sichert es dann mit einem Zopfgummi. Wiederholt dasselbe mit dem anderen Zopf. Sammelt dann die gesamten Haare zu einem Zopf. Führt die oberen Strähnen um den Zopf herum. Und hebt ihn gleichzeitig ein wenig an. Sichert es mit einem Zopfgummi. Lockert dann die Verbindung in etwas. Und besprüht es mit Haarspray. Ihr erhaltet einen schönen Zopf mit Schleifenoptik. Zum Schluss verzieren wir die Frisur mit Perlen. Diese Frisur ist wirklich einfacher, als es aussieht. Bekommt ihr das bestimmt hin. Lange Haare nerven oft im Gesicht. So kann man wirklich nicht arbeiten. Wir zeigen euch, wie ihr schnell Haare aus dem Gesicht entfernen könnt. So, dass es noch schön stylisch und frisch aussieht. Sammelt euer vorderes Deckhaar und befestigt es mit einem Gummiband. Macht dasselbe mit jeder Ebene. Und sammelt die Strähnen mit dem Oberhaar zu einem einzigen Zopf. Bindet dann bis zu den Enden mit gleichem Abstand ein Zopfgummi um. Gebt dann dem Haar etwas Volumen. Und lockert es überall etwas. Um sicherzustellen, dass das Haar nicht kraus wird, tragen wir zum Schluss noch etwas Haarspray auf. Wunderschön! Was soll ich mit all diesen Haaren machen? Soll ich wieder einen langweiligen Pferdeschwanz machen? Wir verschönern unseren Pferdeschwanz, damit es nicht immer gleich aussieht. Nehmt das obere Deckhaar von der Stirn an. Verdreht eine Strähne leicht und steckt sie mit einer Haarnadel fest. Nehmt dann die andere Strähne. Verdreht sie leicht und sichert sie auch mit einer Haarnadel. Wiederholt es so auf jede Ebene. Sichert es dann noch unten mit einer Nadel. Eine perfekte Alltagsfrisur ist fertig. Um eine weitere Pferdeschwanzfrisur herzustellen, machen wir zuerst einen Deckhaarzopf. Teilt das freie Haar in zwei Strähnen auf. Sichert ein Teil mit einer Haarspange. Hebt die Haare mit den Fingern an und formt eine Öffnung. Führt dann eine Strähne schräg durch. Macht auch eine Öffnung auf der anderen Seite. Und führt den mittleren Zopf durch. Das sieht schon mal sehr schön aus. Führt dann die äußeren Haare unter den mittleren durch. Sichert das Ende mit einem Gummiband. Diese Frisur sieht viel schöner aus als ein einfacher Pferdeschwanz. Und es sieht gleichzeitig viel eleganter aus. Möchtet ihr mehr Volumen? Für die nächste Idee braucht ihr einen speziellen Schwamm für Frisuren. Sammelt das Vorderhaar und sichert sie mit einer Haarspange. Befestigt den Schaumgummischwamm oben am Kopf und sichert es mit Haarnadeln. Bedeckt das Haar mit Haarspray und topiert es, um Volumen zu erhalten. Legt das Haar auf den Schwamm und steckt es fest. Um zu verhindern, dass feine Haare herausragen, fixieren wir die Haare mit Haarspray. Sammelt verbleibende Haare zu einem Pferdeschwanz. Verzieht es mit einer glänzenden Haarspange. Eine weitere großartige Frisur ist fertig. Für die nächste Zopfidee eignen sich lange Haare sehr gut. Trennt jeweils die Seitensträhnen und werft sie jeweils über der anderen Strähne. Macht das mit mehreren Seitensträhnen und sichert sie mit einer Haarklemme. Macht auch dasselbe auf der anderen Seite. Verbindet jeweils die beiden Seiten über Kreuz. Ihr müsst jetzt die Strähnen fest genug halten, damit die Frisur nicht auseinander fällt, bevor wir den Pferdeschwanz formen. Befestigt die Strähne mit Haarnadeln. Übt es vor dem Spiegel, damit lose Strähnen nicht aus der Frisur fallen und der Zopf ordentlich aussieht. Hier ist eine weitere Idee. Nehmt zwei dünne Seitensträhnen und sammelt sie auf einer Seite. Befestigt sie mit einem Gummiband. Nehmt die nächsten Strähnen und sichert sie auch mit einem Gummiband. Macht das auch mit der nächsten Ebene. Wickelt dann die unteren Strähnen um den Zopf. Und befestigt die Strähnen auf der Rückseite. Verzieht den Zopf mit Perlenhaarnadeln. Das dauert nicht lange und es sieht sehr beeindruckend aus. Trennt für die nächste Idee zwei vordere Strähnen. Sichert dann das vordere Deckhaar mit einem lockeren Zopf. Teilt den oberen Zopf in zwei Teile auf und führt den Zopf durch die Öffnung durch. Nehmt eine seitliche Strähne und führt sie auch durch die Öffnung. Nehmt dann die Vordersträhnen und flechtet sie. Klemmt sie überkreuz hinten ein. Und verzieht es zum Schluss mit einer Perlenhaarnadel. Diese Flechttechnik sieht sehr ungewöhnlich aus. Und ihr erhaltet in weniger als einer Minute eine einzigartige Frisur. Und diese Idee könnte vielleicht eure Lieblingsfrisur sein. Haltet das vordere Deckhaar und bindet es mit einem Gummiband fest. Führt den Zopf durch die Mitte hindurch. Flechtet dann die seitlichen Haarsträhnen. Und verbindet sie mit einem Gummiband. Führt sie dann auch durch die Öffnung. Dekoriert es mit einer Haarnadel. Und mit einer dekorativen Blume. Minimale Zeit für einen erstaunlichen Effekt. Für die nächste Idee machen wir drei Zöpfe. Führt jeden Zopf durch die Mitte der Öffnung. Sammelt alle Haare zu einem Zopf. Befestigt ein weiteres Gummiband in der Mitte des Zopfes. Und führt das Ende durch die Mitte. Bedeckt das Gummiband mit Haarnadeln. Das ist eine einfache, aber sehr schicke Frisur. Für eine weitere einfache Frisur eignen sich auch mittellange Haare. Sammelt euer vorderes Deckhaar und macht einen Zopf. Führt den Zopf durch die Mitte. Nehmt dann seitliche Strähnen und füllt sie durch die Öffnung hindurch. Macht das auch mit den restlichen seitlichen Strähnen. Und dekoriert es mit einer schönen Haarnadel. Ihr werdet mit so einem Zopf super elegant aussehen. Wie fandet ihr unsere Frisuren-Hacks? Mit welcher Frisur geht ihr zur Schule? Schreibt es uns. Vergesst nicht uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Drückt auch auf die Glocke.